Quotenmeter.de ist nach eigenen Angaben ein Branchendienst und Online-Fernsehmagazin der Quotenmeter GmbH, das werbefinanziert und für den Nutzer kostenfrei ist. Inhalte Quotenmeter.de liefert Nachrichten über den deutschen und den amerikanischen Fernsehmarkt. Zudem werden die Zuschauerzahlen und Marktanteile der Sendungen des letzten Tages ausgewertet und der Quotenverlauf einiger ausgewählter Sendungen über einen längeren Zeitraum dargestellt. Das Angebot umfasst weiterhin mehrere Kolumnen, unter anderem von Rob Wegers. Zum Meinungsaustausch gibt es auf den Seiten von Quotenmeter.de ein Forum. Wöchentlich wird ein TV-Podcast veröffentlicht. Zudem wird seit 2004 jedes Jahr der Quotenmeter.de-Fernsehpreis vergeben. Reichweite 2010 lag die Reichweite bei 3,10 Millionen Seiten abrufen und 830.000 Visits im Monat. Die Seite wurde monatlich durchschnittlich von etwa 90.000 eindeutigen Nutzern aufgerufen. Der Marktanteil lag bei 0,2 Prozent. Etwa 59 Prozent der Nutzer waren männlich, 41 Prozent weiblich. Etwa 68 Prozent der Nutzer waren zwischen 20 und 49 Jahre alt. 44 Prozent der Nutzer hatten mindestens die Hochschulreife. Seit November 2010 wird die Seite Quotenmeter.de bei der IVW zusammen mit dem Kinomagazin Sinefacts geführt, sodass keine Einzelreichweite mehr angegeben werden kann.